Sehr, sehr interessante Spielerin, ist ja bei uns die jüngste, Jahrgang 2004, unser Küken, spielt jetzt beim HTC, kommt auch vom HTHC, also hat auch ein Heimspiel, Freunde, Family in Hamburg, sehr, sehr dynamische Spielerin, also sie ist wirklich, glaube ich, mit Ball die Schnellste bei uns und kann auf engem Raum mit ihrem Tempo da wirklich an allen vorbeigehen, sehr beeindruckend zum Zusehen, spielt manchmal noch mit ihrem jugendlichen Leichtsinn, das wird interessant sein, wie sie jetzt gegen die erfahrenen Damenspielerinnen, jetzt Deutschland, Holland etc. dagegen kommt, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass sie da den ordentlich Kopfzerbrechen bereiten wird.